hallo und herzlich willkommen zurück bei der herr der ringer online schlacht um mittelerde 2 ohne online eigentlich aber auch online insofern geht das schon naja jedenfalls wir sind hier auf der karte die karte ist blau und grün gefärbt ein bisschen rot noch unten und gelb ganz einsam und allein da oben was wir aber momentan noch ganz gut verteidigen können wäre gelb raus wäre hätten wir ja eh verloren weil alle anderen festungen im besitz des feindes also im besitz von du oder eben dem grünen heimisar sind ja momentan sind noch zwei schachten schlachten in dieser runde zu schlagen in erebor haben wir ja wieder verteidigt gehabt in der letzten folge diesmal geht es in den oder an den schicksalsberg wo mein schicksal wahrscheinlich auch schon geschrieben ist allerdings ja mal schauen was wird ja mal schauen ja zwei gegen eins das ist natürlich schwierig ich mute mich direkt okay gut so ich dachte das wäre jetzt hier echtzeit okay gut das heißt echtzeit kanker okay das heißt da braucht man eigentlich gar nicht wirklich so viel unbedingt zu reden ich dachte das wäre okay der grüne das ja bei mir erst mal wieder reinkommen ist eine neue aufnahme session und ja ich dachte der grüne der würde nicht zu mir gehören aber der gehört zu mir das bedeutet ja also wie schon gesagt die geschichte ist dann wahrscheinlich relativ schnell im grunde genommen halt vorbei das bedeutet wir werden werden das machen was wir nämlich am besten können uns irgendwelche creeps holen auf jeden fall ja gehen wir mal hier runter so wir können ja auch okay ok da haben wir doch was auf jeden fall schon mal ok meine zielsetzung für diesen für diese schlacht ist halt im grunde genommen xp sammeln ja ok ja ok Na, was macht da der Black? Okay, dann gehen wir mal. Na, das müsste aber eigentlich reichen, ne? Ah, doch, also doch hier unten, okay. So, dann machen wir hier mal die Banner Trigger und machen hier auch nochmal das hier. Okay, eine Festung hat er auf jeden Fall aufgebaut, ne? Festung hat er auf jeden Fall gebaut. So, Schatzlager ist nochmal erweitert worden. Okay, gut. Das heißt, wir konnten auf jeden Fall die Bannerträger erstmal auf jeden Fall etwas benutzen und haben auf jeden Fall ein paar XP auf jeden Fall gescheffelt. Und das war so für die Schlacht von meiner Seite her auf jeden Fall. Habe alle Einheiten auf jeden Fall noch behalten, konnte ihn da auf jeden Fall an der Stelle halt auf jeden Fall zurückwerfen. Somit ist da alles okay. Okay. Hier sieht es schon wieder ein bisschen anders aus. Hier wird es vermutlicherweise eine Niederlage werden. Das heißt, ich habe jetzt hier zwei Fellbestien aus Gilead. Na gut, gehen wir mal rein in die Echtzeit und gucken mal, wie das da im Grunde genommen wird. Tja. Wie wir spielen, weiß ich nämlich jetzt allerdings noch nicht. Da muss ich morgen gleich mal gucken. wspól Okay, gut, dann gehen wir gleich mal in diese Geschichte hier. und zack okay so wir werden ich gehe fast davon aus dass wir es verlieren werden allerdings möchte ich halt allerdings möchte ich halt auf jeden fall ganz gerne erst mal ein paar creeps haben mhm ja scheiße mhm 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 gehabt ich hätte noch ein bisschen anders spielen können theoretisch allerdings okay gut dann ist das so das war aber fast abzusehen an der stelle okay ich habe jetzt zwei schlachten geschlagen habe hier noch mal eine schlacht die kann man automatisch berechnen da sollte eigentlich gar nichts passieren genau wird vernichtend geschlagen und auch an der stelle dann zurückgeworfen sehr sehr schön sehr sehr schön okay wir können die phase beenden mehr ist hier an der stelle erst mal nicht so jetzt gucken wir mal wie sieht es denn hier aus wir haben einmal die rückzugsphase die ist klar ja jetzt natürlich eine spannende frage natürlich eigentlich nicht warum weil ich auf dich warte und schlachten ja alles gut ach so weil musste ich eigentlich nur zurückziehen deswegen dachte ich warum mich irritiert ach du wusstest nicht wohin du dich zurückziehen will ja so sieht es nämlich aus ja habe ja ich habe ja mehrere möglichkeiten ja ja genau genau okay alles gut alles okay wir bin wieder da doch okay dann so geht es natürlich doof dass der grüne hier oben hat natürlich seine was macht der grüne denn das ist natürlich echt das ist wirklich richtig richtig ungünstig warum zieht er sich denn jetzt hier zurück macht er denn da heißer ist das echt nicht ich Ich weiß nicht, was er da macht. Ich weiß nicht, was er da macht. Ich weiß nicht, was er macht. Okay, gut. Mehr kann ich jetzt erstmal auch nicht machen. Mehr geht leider nicht. Ich hätte nochmal angreifen können. Hier oben. Ich bin doof. Ach Mist. Ich bin doof. Mist. Ich bin doof. Ich bin doof. Ich hätte angreifen können. Ja, Grü, es ist ein Problem halt natürlich. Also wir stehen halt, wenn man das halt so möchte, kurz vor dem Sieg. Oh, jetzt habe ich dort oben auch noch die zwei Bogenschützen dort weggeschoben. Oh, ich bin so doof. Ich habe gerade richtig, richtig schlecht gezogen. Ich hoffe nicht, dass das... Oh nein, ich habe gerade richtig schlecht gezogen. Oh nein. Das war richtig dumm. Das war richtig dumm von mir. Dummer geht es nicht. Okay, im Leck möchte sich hier auf jeden Fall ganz gerne diese... diese Festung hier auf jeden Fall ganz gerne einmal einverleiben. Okay, das heißt, wir haben dort auf jeden Fall eine ausgebaute Festung. Was haben wir noch? Wir haben noch Minas Tirith mit zwei Heldenarmeen. Das wird allerdings nichts werden. Schicksalsberg haben wir wieder nochmal eine Schlacht. Das wird auch nochmal nichts werden. Keandros. Okay. Gut, dann gehen wir auch mal rein. Wir werden sehr wahrscheinlich diese... diese Festung hier an der Stelle halt verlieren. Okay. Aber dann müssen wir natürlich schauen, wie wir es machen. Und ich würde sagen, die Schlacht machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüüüü. Na gut, die hat mich überstimmt. Dann machen wir das so. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Bis dennne. Tschüüüü. Bis zum nächsten Mal.